Musik Die Emanuele Genton CSA ist ein Familienunternehmen in der vierten Generation. 100 Jahre nach der Gründung ist die Gruppe in drei verschiedenen Bereichen tätig. Der Geschäftsbereich Energie betreibt eine Kette von 33 Tankstellen in der Schweiz, beliefert Drittanbieter mit Treibstoff und ist einer der wichtigsten Heizöl-Lieferanten im Kanton Tessin. Den Geschäftsbereich Rohstoffe bildet der Vertrieb von Basischemikalien, Säuren, Basen, Lösungsmittel und Spezialchemikalien in der Schweiz und Europa. Der Geschäftsbereich Systeme für den Unterhalt bietet seinen Kunden ein vollständiges Service-Spektrum von Schmierstoffen bis hin zu persönlicher Schutzausrüstung und der Abholung und Entsorgung von Sondermüll. EXA verfolgt seine Unternehmensstrategie in allen Sparten und Kompetenzbereichen. Durch organisches Wachstum hat sich die Gruppe auf der Nord-Süd-Achse mit Fokus auf die Märkte in der Schweiz und Europa etabliert. Auf einer Gesamtfläche von 27.000 Quadratmetern sichert EXA die Versorgung in den drei Bereichen Chemikalien, Energie und Wartungssysteme. Die umfangreiche Logistikflotte des Unternehmens garantiert einen schnellen und flexiblen Kundenservice. Mit fortschrittlichen Computersystemen und modernster Infrastruktur werden sämtliche EXA-Logistikprozesse optimal verwaltet. Hochmotivierte und qualifizierte Mitarbeiter bieten schnellen, dynamischen und kompetenten Service, der mit der Zeit geht. Durch kontinuierliche Fortbildungen werden die Kenntnisse der Mitarbeiter in Bezug auf Verkaufsprozesse, Qualität und Sicherheit regelmäßig aktualisiert. EXA beteiligte sich als erstes Industrieunternehmen in der Schweiz am MyClimate-Projekt zur Kompensierung der Kohlendioxid-Emissionen. Mit Investitionen von mehr als 29 Millionen Schweizer Franken in Infrastruktur und Sicherheit während der letzten zehn Jahre ist EXA ein zuverlässiger Partner für Kunden, Lieferanten und Behörden. Der besondere Fokus des Unternehmens auf soziale Belange und Bedürfnisse von Familien wird durch einen Gesamtarbeitsvertrag gestützt, der seit mehr als 33 Jahren in Kraft ist. ete Redaktion Rodrigo